Diese Excel-Datei enthält neue Controlling-Daten, die schleunigst mit dem Berichtssystem analysiert werden müssen. Nachträgliche Änderungen sind ebenfalls zu erwarten. Damit auch andere IT-Systeme komfortabel auf die Kennzahlen zugreifen können, sollen die Daten direkt in eine relationale Datenbank gespeichert werden. Die Datenqualität ist wie so oft nicht die beste. Deshalb muss die Controlling-Abteilung die Fehler manuell korrigieren. Mit Aparo FastEdit ist dieser Arbeitsschritt in Minuten abgeschlossen, ohne dass der Fachbereich die IT-Abteilung einschalten muss. Öffnen Sie einfach das Berichtsportal und den Business Case. In Ihrem Excel-Dokument markieren Sie alle zu importierenden Datenzeilen, kopieren sie und fügen sie in FastEdit ein. Anschließend klicken Sie den Start-Import-Button. Aparo FastEdit kontrolliert jede Datenzeile auf Plausibilität und auf Tippfehler und listet jede fehlerhafte Zeile mitsamt Fehlerbeschreibung auf. Der Fachanwender kann nun komfortabel die Fehler korrigieren. Der Import wird fortgeführt und erfolgreich beendet. Alle anderen Anwender können nun ebenfalls auf diese Daten zugreifen. Falls gewünscht, speichert Aparo FastEdit auch automatisch das aktuelle Datum, den Anwendernamen oder andere berechnete Werte wie Status, Abteilungsname und so weiter. Kommen nun nächsten Monat neue Kennzahlen dazu, so kann der Business Case innerhalb von Minuten von der Fachseite geändert werden. Programmierkenntnisse sind nicht notwendig. Aparo FastEdit unterstützt dabei diese Berichtssysteme. IBM Cognos, SAP Business Objects, SAS. Aparo FastEdit. Ihre Testversion steht bereit.